Ja, 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 ich bin perfekt ausgeschlafen für die heutige Challenge und oh, hey, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben und dann bist du auch ein Teil der Centex-Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen und heute, Freunde, gibt es mal wieder ein mega, mega krasses Battle gegen meinen besten Freund Vitamine. Die heutige Challenge ist es nämlich, wer schafft es länger, einen ganzen Tag lang 24 Stunden wach zu bleiben, ohne zu schlafen. Das wird auf jeden Fall mega, mega verrückt und Freunde, ich werde die Challenge auf jeden Fall gewinnen. Und als allererstes würde ich sagen, Freunde, wir holen direkt mal bei den besten Freund Vitamine ab und schauen mal, was er so macht. Vitamine. Hey, na? Hey, was geht ab, du alte Schlaftablette? Bist du gut ausgeschlafen? Moment mal, ich bin keine Schlaftablette. Ja, ja, ja. Du bist hier die Schlaftablette. Hey, also ich muss sagen, ich habe so, so viel Power, weil ich habe mega lange geschlafen einfach. Du wirst die Challenge niemals gewinnen gegen mich. Moment mal, du wirst die niemals gewinnen, weil ich trinke meine geheime Suppe, die mich wach hält. Warte mal, deine geheime Suppe, oh, warte mal, ist hier noch irgendwo eine und du hast nur eine einzige davon. Hey, na klar, sonst könntest du mir die doch klauen. Das bedeutet aber, die geht mega schnell leer. Das ist auf jeden Fall deine Taktik, Vitamine. Aber ich bleibe auch sonst immer so, so lange wach. Also ich wette, du wirst auf jeden Fall vor mir einschlafen. Und ich wette, du wirst vor allem nicht vor mir einschlafen, weil ich bleibe immer so, so lange wach. Ah, ja, ja, das werden wir sehen, Vitamine. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück in der Challenge, okay? Kein Problem. Ich gehe jetzt erstmal auf den Spielplatz und ein bisschen spielen. Oh, yeah, sehr, sehr gut, Freunde. Vitamine hat eine Taktik, aber, Freunde, wir beide haben natürlich auch eine Taktik. Ich werde euch das Ganze mal zeigen. Vitamine trinkt seine geheime Suppe und wir werden heute den ganzen Tag Tee trinken, damit wir nicht so schnell müde werden. Also ich habe gehört, wenn man Tee trinkt, dann bleibt man auf jeden Fall länger wach. Und was ganz, ganz wichtig ist, Freunde, ständig in Bewegung bleiben und nicht irgendwie langweilig rumstehen, weil sonst wird man müde, Freunde. Aber das wollen wir natürlich nicht werden. Und deswegen würde ich sagen, wir fahren als allererstes ein bisschen mit dem Auto durch die Stadt rum. Ich bin immer noch wach. Hey, der Tag fängt gerade erst an, Vitamine. Ich bin auch immer noch wach. Und warte mal, hey, da bist du ja. Guck mal, was für meine Taktik ist. Ich bleibe ständig in Bewegung. Mache das doch, aber gegen meine Spezial-Taktik kommst du trotzdem nicht an. Oh, doch, das werden wir sehen, Vitamine. Wumm. Oh, yeah. Mega, mega krass, Freunde. Und ich würde sagen, wir beide gehen jetzt in die Stadt und kaufen uns ein bisschen was zum Essen, damit wir natürlich auch wach bleiben und richtig viel ändern. Ja, wie, Hammond. Moment mal, Vitamine, was machst du? Yeah. Bäh, der schmatzt beim Essen, ey. Das ist mega, mega eklig. Okay, so, da sind wir auf jeden Fall. Meine Taktik ist Autofahren. Yippie. Hey, der klaut unsere Taktik, Freunde. Das darf nicht wahr sein. Okay, ich würde sagen, wir kaufen uns auf jeden Fall was zum Trinken und Eier kaufen wir uns auch und Käse. Ich weiß eine bessere Taktik. Ich kann einfach Tiere angucken. Was, Tiere angucken? Oh, Mann, oh, Mann. Und ja, die Diamanten geben später. Tschüssi. Sehr, sehr gut, Freunde. Wir fahren Auto und essen dabei. Yum, yum, yum. Das ist mega, mega lecker. Vielen Dank für die Blumen. Was ist denn da los, Freunde? Aber ich sage euch eins, ich werde die heutige Challenge auf jeden Fall gewinnen. Freunde, ich muss sagen, jetzt habe ich nicht mehr volle Energie. Ich bin schon ein bisschen müde geworden. Ihr seht, es ist schon ein bisschen spät geworden. Aber ich trinke hier genüsslich meinen Tee und esse natürlich immer leckeres Essen dabei. Damit es natürlich auch, warte mal, volle Energie wird. Flugzeuge! Was ist denn jetzt los? Freunde, Vitamine? Schläf, Freunde, das darf nicht wahr sein. Flugzeuge! Warte mal, träumt der von Flugzeugen oder? Warte mal, wir versuchen mal... Das ist ein Auge! Ah! Durch seine Garage reinzuschleichen, Freunde. Und ist das schon das Ende der Challenge? Hat Vitamine schon verloren und ist jetzt eingeschlafen? Flugzeuge! Was ist denn mit dem los? Okay, und... Vitamine! Warte mal, bist du eingeschlafen? Nein, warum? Ähm, nein. Warte mal, ich habe die Schnarchen gehört, bist du dir ganz sicher? Nein, ich bin gerade mit dem Flugzeug geflogen. Äh, okay, Vitamine. Sehr, sehr gut, und was machst du hier? Aber wir können gerne jetzt einen Film gucken. Komm mal her, so, wir machen mal den Fernseher an. Wow, bist du auch schon ein bisschen müde? Äh, auf jeden Fall, deswegen esse ich jetzt erstmal meine super, super Suppe, warte, und... Yeah, und ich esse hier auch mal das Miam, Miam, Miam. Oh, yeah. Äh, okay. So, Freunde, wir machen den Fernseher an. Sehr, sehr gut. Und wir gucken jetzt einen Film zusammen. Und, Freunde, ich habe jetzt eine mega, mega coole Taktik, wie wir Vitamine zum Schlafen bringen. Wir werden jetzt ein Schlaflied singen, weil Vitamine ist schon ein bisschen müde und ich hoffe, das wird klappen. Okay. Ah, Schlafei, Schlafei, kleine Orange, du fällst jetzt in den Schlaf, ganz leise und träumst von ganz vielen Orangen. Schlaf gut ein. Warte, Freunde, es klappt. Schlaf gut ein. Und jetzt bist du... Hey, Cindy! Oh Gott, hey, was ist denn da los? Du hast versucht, mich einzuschlafen. Ach, Mann, aber es hat fast geklappt. Du bist wirklich fast eingeschlafen, ey. Aber, Cindy, ich sage dir, das wirst du zurückbekommen. Ja, 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 komm, setz dich mal hin und wir gucken den Film weiter. Oh, Mann, oh, Mann. Oh, yeah. Aber ich muss sagen, Vitamine, ich gehe mal auf die Toilette. Ich muss mal. Oh, Mann, oh, Mann, Freunde. Mittlerweile ist es schon mega, mega dunkel geworden. Einfach schaut euch das an. Und ich bin kurz vorm Einschlafen. Aber, Freunde, wir dürfen nicht aufgeben. Ich habe jetzt zum Glück noch was zum Trinken mit. Wir müssen immer unter Power bleiben. Wir beide schaffen das, Freunde. Schreibt gerne unten in die Kommentare. Werden wir es schaffen. Und lass dem Video auf jeden Fall genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du willst, dass wir beide die Challenge zusammen heute schaffen. Und schreibt gerne weitere coole Challenge-Vorschläge unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf die Toilette, Freunde. Oh, ich bin mega, mega müde einfach. Und es ist so dunkel hier. Und ich glaube, Freunde, ich mache ein kleines Nickerchen. Ah, mir, mir. Moment. Hey, du hast geschlafen. Nein. Ich habe gewonnen. Nein, ich habe nicht geschlafen, Vitamine. Das bildest du dir nur ein. Ich bin einfach nur ein bisschen müde geworden. Hm, soll ich dir das wirklich glauben? Ja, ich habe nur meine Augen ein bisschen zugemacht. Aber ich habe noch nicht geschlafen. Ich weiß ja nicht. Freunde, irgendwie, glaube ich, trollst du mich. Hey, nein. Du hattest auch gerade deine Augen zugehabt. Und warte mal. Ich muss trotzdem noch auf die Toilette. Das darf nicht wahr sein. Und Freunde, ich bin mega, mega müde einfach. Moment mal. Nein, nein, nein. Auf meinen eigenen Trick falle ich nicht ein. Ich muss sagen, ich bin noch so, so fit, Vitamine. Moment mal. Das kann nicht sein. Hey, du Schlafmütze. Oh Mann, oh Mann. Okay, komm, wir gucken mal den Film weiter. Aber ich habe so, so Durst einfach. Und, wo ist denn der komische Kaffee von Sandy? Warte mal. Moment mal. Äh, hallo, Vitamine? Willst du nicht den Film weiter? Guck mal. Warte mal. Warte mal. Was macht Vitamine da? Hey, Sandy, guck mal. Fertig. Moment mal. Freunde, Vitamine hat in mein Getränk Schlaftabletten reingemacht, damit ich sofort einschlafe. Aber darauf falle ich nicht ein, Freunde. Wir haben ihn auf frischer Tarte-Tap. Ach, Vitamine, ey. Was hast du mir da gemacht für ein Getränk? Einen richtig, richtig coolen Kaffee. Den kannst du jetzt trinken. Viel Spaß damit. Oh, ja, aber komm, wir trinken zusammen, Vitamine. Ich würde sagen, so, wir machen das weg. Und komm, wir legen die beide auf den Tisch. Und dann werden wir die zusammen trinken. Let's go. Okay, los geht's. Und so, sehr, sehr gut. Und, oh, jawohl, Freunde, es hat geklappt. Ich habe jetzt Vitamines getränkt. Und das ist ja normal. Und Vitamine hat jetzt mein Getränk, wo Schlaftabletten drin sind. Und das bedeutet, Freunde, Vitamine wird gleich sofort einschlafen. Okay, lass es dir gut schmecken, Vitamine. Lecker. Lecker Schmecker. Moment, Leute, ich glaube, es klappt. Was ist los, Vitamine? Moment mal, Vitamine? Hallo? Und jawohl! Freunde, es hat geklappt. Vitamine ist eingeschlafen, weil er das Getränk mit den Schlaftabletten getrunken hat. Und Moment mal, schläft er wirklich? Wir schreien ihn mal an. Ah! Und jawohl! Er schläft felsenfest. Das ist mega, mega krass. Vitamine wurde einfach mit seinen eigenen Mitteln besiegt. Das kommt davon, wenn man mir versucht, Schlafmittel in mein Getränk einzubringen. Haha! Mega, mega cool, Freunde. Wir haben die Challenge zusammen gewonnen. Yippie! Und dann würde ich sagen, Freunde, das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sentex-Army. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi! 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 Tschüssi!